Bist die anderen Killer? Achso, du bist ein Profi. Warum werd ich eigentlich immer als erstes gemacht? Weil sie sehen sich als Dwight und dann... Ja, ich wollte sie auch. Sie kommt doch nicht, ja? Warum muss die Palette immer im anderen Fall stehen? Ist doch nicht richtig schlimm. Ich glaube, der... Das Karma schlägt zurück. Kämmt sie dich? Hattu? Nee, die kam auf jeden Fall hochgelaufen. Die kam auf jeden Fall hochgelaufen? Hoch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wo die da hin ist. Ich sehe sie. Rettest du ihn? Ja, kann ich auch. Ah, sie hat mich gesehen. Hattu, ich komme! Sie ist direkt zum Eingang geportet. Oh, lol. Verdammt, da bin ich gerade. Verfolgt mich. Ah, sie ist gerade. Hallo. Ich glaube, ich bring sie weg. Sie kennt dich, Hattu, oder? Ja, sie kennt mich. Nee, jetzt kommt sie her. Alter, Arme, Hattu. Ich hab sie abgelenkt. Hinten. Nee, ist doch jetzt ein Witz, oder? Na, Awww. Das war doch klar. Wo ist hier das fair play, bitte? Die Nurse ist schon allein kein fair play. Das ist voll das Anti-Hattu-Play hier. Alle Mobben, Hattu. Und hängen. Und tot.